Alfred, was für ein wahnsinns Comeback heute von dir. Das kann man sich eigentlich nicht schöner malen, wenn man es könnte, oder? Nein, eigentlich nicht. Das war genau wie ich gestern Nacht getrunken habe von meinem Comeback. Es war ein super Gefühl, erst mal nur auf Rasen zu stehen, die Mannschaft zu helfen. Und dann ist das natürlich ein Bonus, dass wir heute die 40 Punkte erreichen. Und natürlich verstürmen es immer schön, wenn man Tore schießt. Du hast schon eine lange Leidenszeit hinter dir. Wenn man dich kennt, weiß man, wie schwer dir das fällt, von außen zuzugucken, wenn die Jungs spielen. Und dann heute so zurückzukommen mit einer Torvorlage und einem Tor. Wie läuft das? Also es geht ja nicht so einfach, dann so ein Spiel abzuliefern nach einer wochenlangen Pause. Nein, das stimmt. Es war keine einfache Zeit, wenn ich ehrlich sage. Auch noch die zweite Saison in Folge, wo ich viele Spiele ausfalle. Und ja, ich habe mir viele Gedanken gemacht, aber es ist alles wert am Ende, wenn man wieder auf Platz steht. Und jetzt will ich noch wichtig sein für die Mannschaft in den letzten Spielen und freue mich richtig auf nächsten Samstag. Ihr habt das Spiel lange offen gehalten. 1 zu 0 immer ein knappes Ergebnis. Du hättest früher vielleicht sogar das 2 zu 0 machen können. Wie froh warst du am Ende, dass es dann in der 90. geklappt hat? Ja, super. Ich wollte unbedingt das Tor schießen heute. Darum habe ich auch diese extra Meter gelaufen, sodass ich in gute Position kommen kann. Wir haben eigentlich nicht so gut ausgespielt am Ende, aber der Ball war drin und das ist Hauptsache. Der Abstiegskandidat Nummer 1 vor der Saison für alle Experten tütet am 31. Spieltag den vorzeitigen Klassenerhalt ein. Ist das so ein bisschen Genugtuung auch als Spieler? Ja, natürlich. Das ist eine extra Motivation. Wir wussten alle intern das, was wir verstehen. Super vorbereitet hatten wir auch mit ein bisschen Schwierigkeiten am Anfang. Pokal raus, das erste Spiel verloren gegen Hamburg, aber dann wieder gekämpft und unsere Qualität gezeigt. Vielleicht nicht so stabil in der Rückrunde wie in der Part so viele Punkte liegen lassen, aber am Ende 40 Punkte unser Ziel erreicht am 31. Spieltag. Wie gesagt, das ist super. Es ist auch eine Saison für den FCA, in der man als Fan nicht bis ganz zum Ende zittern muss. Jetzt haben wir 40 Punkte, drei Spiele sind es noch. Das erste große Ziel ist erreicht. Wo geht es jetzt noch hin in den nächsten drei Spielen? Ja, so viele Punkte wie möglich. Man will natürlich jedes Spiel gewinnen und ich habe auch gesagt zu einem. Ich war hier zwei Jahre und zwei letzten Spieltage sicher und letztes Mal auf den letzten Spieltag. Es hat mir wirklich gewünscht, dass wir nicht bis letzten Spieltag sitzen müssen. Aber hoffentlich ist das eine angewöhnte Situation für die Fans jetzt. Du hast letzte Saison schon gesagt, Isländer sind trinkfest, wenn es was zum Feiern gibt. Gibt es heute was zu feiern und wenn ja, machst du dir ein Bierchen auf? Vielleicht ein Bierchen. Ich weiß nicht, ob ich heute von dem Sofa stehen kann. Ich muss schauen. Soll gut sein für die Regeneration, Bier? Ja, ein Bier ist gut für die Regeneration, kann nichts schlecht machen. Ja, ich weiß nicht, ob ich noch mehr Energie habe heute. Aber am Ende der Saison können wir auch richtig Gas geben. Gregor, zwölfte Saisontor, Klassenerhalt eingetütet, vorzeitig am 31. Spieltag. Einen schöneren Sonntag schon mal gehabt, bis hierhin? Nein, bis hierhin auf gar keinen Fall. Das war ein sehr, sehr schönes Wochenende. Wir haben es, glaube ich, wirklich von der ersten Minute an verdient. Nach Hause gespielt und 40 Punkte, das war unser Ziel, das haben wir erreicht und das ist sehr, sehr cool. Fühlt man eine Genugtuung, wenn man in sämtlichen Gazetten vor der Saison als Abstiegskandidat Nummer eins abgestempelt wird und dann am 31. Spieltag alle Kritiker, nenne ich sie mal, widerlegt? Genugtuung eher nicht. Es ist eine unglaubliche Freude, dass wir das geschafft haben und ich glaube, es ist absolut über die Saison hinweg verdient. Wir haben jetzt, glaube ich, wirklich so konstante Saison gespielt, haben es uns so verdient, dass wir eigentlich sogar noch früher den Klassenerhalt schaffen und heute haben wir es aus eigener Kraft geschafft. Das ist wichtig und so soll es weitergehen. Wie hoch ist das zu bewerten, auch aus Spielersicht? Ihr kriegt das ja auch immer wieder um die Ohren, zweitkleinster Etat in der Liga und es gibt einige Mannschaften, die wir jetzt schon hinter uns gelassen haben und lassen werden, die weitaus mehr Potenzial haben. Wie siehst du das? Ja, wir sind so ein bisschen wie die Gallier im Römischen Reich und da haben wir, glaube ich, wirklich die ganze Saison gezeigt, dass wir wirklich eine gute Mannschaft sind, einen guten Teamgeist haben und darüber haben wir es, glaube ich, auch so früh geschafft und ich glaube, dass es einfach sehr verdient ist. Wie wichtig war es, nach vier Heimspiel-Niederlagen in Folge heute vor den eigenen Fans, das Ding so klar zu machen? Sehr wichtig, weil wir haben uns das alle auf die eigene Kappe geschrieben. Es war einfach schlecht für uns die letzten vier Heimspiele. Gegen Bayern war es die erste halbe Stunde zumindest gut, aber die anderen drei davor waren nicht gut und wir wollten es unbedingt gut machen und Gott sei Dank ist uns das gelungen, dass wir nicht heute einen Negativrekord eingestellt haben oder aufgestellt haben und dann noch irgendwie die letzten drei Spiele zittern müssen. Ich schätze dich auch als Firebeast ein. Heute darf, glaube ich, mal ein Bierchen aufgemacht werden. Wie viel werden es bei dir? Ja, ich habe heute leider ein bisschen kränklich oder war ein bisschen kränklich die letzten zwei, drei Tage und werde heute ein bisschen ruhig machen, aber da könnt ihr euch verlassen, dass ich das nachhole. Philipp, der Abstiegskandidat Nummer eins tütet am 31. Spieltag den vorzeitigen Klassenerhalt ein. Das kann man sich ein paar Minuten auf der Zunge zergehen lassen. Ja, auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, was Grandioses, was wir dieses Jahr gemacht haben. Von Anfang an wussten wir, dass uns keiner so wirklich auf dem Zettel hatte. Haben uns von Anfang an, glaube ich, gesteigert, haben in unserer Entwicklung richtig gut vorangeschritten. Haben, wie gesagt, eng zusammengehalten in jeder Phase der Saison und wollten das Spiel heute unbedingt gewinnen. Ob das der Alfred dann am Schluss das Tor macht, das passt doch irgendwie ganz gut zum Tag heute. Ihr habt das lange offen gehalten, das Spiel, aber am Ende dann nach vier Heimspielpleiten in Folge endlich wieder einen Sieg gefeiert zu Hause und der dann noch zum Klassenerhalt geführt hat. Ich glaube, besserer Abschluss dieser Trainingswoche, den kann man sich nicht vorstellen. Ja, auf jeden Fall. Wir haben halt vier Heimspiele verloren gehabt. Wir wollten heute einfach den Leuten zeigen, dass wir das Spiel unbedingt gewinnen wollen. Wir wollten direkt von Anfang an Angriffspressing spielen, wollten den Gegner unter Druck setzen, wollten Mainz da keine Luft lassen und haben es, glaube ich, von Anfang an richtig gut gemacht. Können vielleicht schon ein bisschen eher das Tor machen, aber der Alfred hat dann bis zum Schluss noch durchgehalten, überraschenderweise, und macht dann am Ende noch das Tor. Freut mich natürlich unglaublich heute für ihn. Hat das Spiel gezeigt, wie wichtig er auch für diese Mannschaft ist? Hat das 1-0 richtig gut vorbereitet. Das 2-0 muss da lange warten. Hätte es vorher schon mal machen können, aber ist ihm dann gelungen? Ja, auf jeden Fall ist er extenziell wichtig für diese Mannschaft. Hat man, glaube ich, von Anfang an gesehen, wie sehr er gebrannt hat, wieder zu spielen. Und das, was er immer wieder auch öffentlich angekündigt hat, ist unglaublich weite Wege gegangen. Hat auch vorne immer gut ausgelöst fürs Angriffspressing, war immer wieder, ja, immer wieder anspielbar. Auch hat die Bälle super festgemacht und es hat einfach wieder gezeigt, wie wichtig er für uns ist. Wie gut fühlt es sich an, eine Saison zu haben, wo man nicht bis zum letzten Spieltag zittern muss? Ja, sensationell, wie gesagt. Ich glaube, wie gesagt, am Anfang der Saison sah es für viele Experten nicht so aus. Jetzt haben wir drei Spieltage vor Schluss die 40 vollgemacht. Im dritten Jahr, wo ich jetzt in Augsburg bin, haben wir zum ersten Mal die 40. Davor waren es immer zweimal 38. Und ja, wie gesagt, es war bis hierhin ein unglaubliches Jahr, glaube ich. Und ich bin verdammt stolz, dass wir es einfach allen gezeigt haben. Machst du dir heute ein Bier auf? Auf jeden Fall. Hinti, auf dem T-Shirt steht es. Der Absteiger Nr. 1 tütet am 31. Spieltag den vorzeitigen Klassenerhalt ein. Wie gut fühlt sich das an heute? Gleich gut, gleich schön wie letztes Jahr in Hoffenheim. Überragend. Wir haben es geschafft. Wir haben es vorzeitig geschafft. Unheimlich stolz auf die ganze Mannschaft. Einfach Glücksgefühle pur. Es ist mal eine Saison für den FCA, in der man nicht bis zum letzten Spieltag zittern muss. Fällt da so ein bisschen eine Last ab. Aber ihr habt schon die ganze Saison natürlich darauf hingearbeitet. Also es war ein bisschen abzusehen. Natürlich. Wir haben eine richtig gute Hinrunde gespielt. Da war es irgendwie abzusehen. Da wollten wir unbedingt vorzeitig das schaffen. Jetzt haben wir es wirklich geschafft. Drei Spiele noch vor der Brust noch mal alles raushauen trotzdem. Aber natürlich mit einer gewissen Leichtigkeit. Ihr habt das Spiel lange offen gehalten. 1 zu 0 ist immer ein knappes Ding. Aber jetzt endlich nach vier Heimspiel-Niederlagen mal wieder ein Sieg. Und dann mit dem Klassenerhalt zu Hause kann kein schönerer Sonntag sein. Genau. Das ist schöner wäre, wenn es ein Samstag wäre. Aber wir haben es die ganze Woche über angesprochen. Heimsieg vor den eigenen Fans. Wir haben vier Niederlagen. Das ist nicht schön, nach den vier Niederlagen dann wieder ins Stadion zu gehen und im Hinterkopf zu wissen, dass wir jetzt eigentlich den Fans nicht viel geboten haben. Und heute haben wir das erste Halbzeit richtig gut gemacht. Überragend gespielt. In der zweiten Halbzeit haben wir es dann ein bisschen runter gespielt. Aber defensiv von vorne bis hinten richtig stark. Und dann haben wir den Deckel drauf gemacht. Und so wird das für ganz Augsburg ein traumhafter Sonntag sein. Das erste große Ziel ist erreicht. Jetzt sind es noch drei Spiele bis Saisonende. Was strebt man da noch an? Ja, man geht in kein Spiel und möchte nicht gewinnen. Das ist, glaube ich, ganz normal. Natürlich am schönsten wäre, wenn wir Schalke daheim noch gewinnen würden. Das wäre ein richtig guter Abschluss für eine richtig gute Saison. Dreimal verlieren kommt auf keinen Fall in Frage. Wir werden sicher nicht zurückschalten. Wir werden weiter Gas geben. Wir wollen die Saison richtig gut zu Ende bringen. Und wo wir dann am Ende stehen, das sieht man dann. Ich glaube, dich brauche ich nicht fragen, ob du dir heute ein Bierchen genehmigst, oder? Nein, wir haben gerade... Ich glaube, jeder Spieler hat eins genommen, gerade in der Kabine. Das gehört dazu. Das ist gut für die Mannschaft, für den Mannschaftskreis. Und das sind auch die Momente, wo man neun Monate hinarbeitet. Und jetzt sind wir da. Und traumhaft einfach. Danke dir. Danke.